Hallo Leute, heute stelle ich euch mal eine kleine Soundbar vor. Mal sehen, wie sie so klingt. Ich habe sie jetzt an meinen iMac angekoppelt. Mal sehen, wie der Ton so ist. Gerade mal 20 Prozent. Los, bin ich auf 100 Prozent. Insgesamt verfügt das Teil über 10 Watt. Die Tonne und die Tonne und die Tonne und die Tonne. Auch von der Verarbeitung her ins Gesamt wirklich sauber und solide. Und natürlich dank des Klavierlacks sieht es nochmal so schön aus. Hier vorne muss ich eine gute Hälfte sein. so wie fandet er den sound also eigentlich ganz nett weil sie auch hier viele anschlüsse hat und hier dieses hier speziell für die effekte der soundbar also dieses led hier auch ein nettes feature 10 watt das ganze ich denke mal für einen preis von 40 euro kann man sich sehen lassen da die oberfläche hier total klavierlack ist wirklich schön schön schwarz ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns wir sehen uns wir sehen uns wir sehen uns Vielen Dank.